Ohren ab 300 brauchen eine besondere Pflege. Beim Eintritt in den letzten Lebenszyklus können die Spitzen stumpf, ja sogar rund werden. Die Labors der DuBanz-Forschung haben nun ein Gerät entwickelt, das die Ohrkosmetik galaxisweit revolutionieren wird. Der Hermatik 4000. So einfach zu bedienen wie ein Trikorder, so effektiv wie ein Photon-Torvino. Modernste DNA-Replikationstechnik verleiht Ihnen innerhalb kürzester Zeit wieder die Ohren einer 75-Jährigen. Ihr Hermatik 4000. Faszinierend logisch.